All right, wir sind wieder back und zwar mit dem Gojita Showcase. Gojita hat seinen Easy-A bekommen, so ist er komplett insane. Also, number one character, höchstwahrscheinlich. Wir haben ihn leider nicht in Stored 1 bekommen, aber ist okay. Er ist höchstwahrscheinlich der beste Charakter im Game. Ich weiß nicht, wer könnte besser sein? Vielleicht die? Ja, oder? Nee. Nee, nee. Gojita ist einfach Gojita, man. Der ist komplett insane, also wirklich. Selbst mit seinem Pre-Transformed ist er extrem gut. In seinen Transforms sind er natürlich godlike, also da killt ihn nichts. Pre-Transformed könnte er vielleicht ein paar Probleme bekommen, aber selbst da ist er extrem gut. Selbst mit Pre-Transformed hat er sehr viele Sachen, womit er sich schützen kann. Und er wird komplett insane sein. Gut, wir schauen einfach mal. Wir gehen hier mal durch. Ich kille ihn die den? Also, das ist sogar vielleicht gut möglich. Ja, wie ich mir dachte. Wir haben hier gekillt. Ist sogar gar nicht mal so gut, actually. Das ist sogar... Wirklich nicht so gut. Wir haben hier gute Links. Wir haben hier 100.000 Defense. Wir haben hier aber echt schnell gekillt. Wir haben alle Links. Und machen einfach mal direkt das. Ja. Ja, gut. Alter, wir killen wirklich zu schnell. Das ist wirklich ein Problem, ne? Also, wirklich. Nicht aus Joke, sondern wirklich. Das ist schwierig. Oh, das geht nice at Dodge. Schwierig zu showcasen, wenn die einfach zu schnell sterben, die Gegner. Ja, und dann muss ich in eine andere Stage oder so. In irgendwie, ähm, Gogeta Stage. Anscheinend ist wirklich B-Scorn Stage, ähm, ja, zu weak. I don't know, I don't know. Ähm, gut, aber wirklich geile Animation. Also, wirklich, ich liebe. Also, nice. Noch eine Edition, ne? 10 Millionen. Schaut euch mal an. Ist einfach nur nice. Okay, leider, Hidden Potential ist, äh, normal. Alright, alright. 8 Millionen, ist okay, ist okay. Puh, ich weiße, ich glaube, wir killen den Agile. Oh, okay, das ist sehr gut, dass sie null Damage macht. Das ist sogar sehr, sehr gut. Ey, macht weiter so, bitte nicht critten. Wäre nicht so gut. Äh, natürlich critten die, ja, klar. Und auch ein Edition, wahrscheinlich wieder noch ein Crit. Come on, man. Okay, noch ein Crit. Okay, nice. Also, ich glaube, ähm, den Gorn, den ich mitgebracht habe, der sollte nicht so viel Damage machen. Deswegen habe ich ihn auch mitgenommen. Äh, der hat auch ein... Domain. Das heißt, ähm, potenziell können wir auch einen Buff von ihm bekommen. Was sehr, naja, der macht null Damage. Das ist sehr, sehr gut. Vier Millionen. Wer, der überleben kann, ist alles gut. Wir brauchen kein Damage gerade mit dem Team. Ähm, genau, solange er dieses Damage macht, ist alles gut. Dann ist alles gut. Ähm, ich möchte auch actually ein B-Scoren super auf Gogeta haben. Also auf, äh, Transform Gogeta. Das ist mein Ziel. Ich möchte einmal, äh, zeigen, wie er tankt. Und zwar wird er wahrscheinlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Double Digits tanken, aber... Wir werden schauen. Wir werden schauen. Machen wir das hier so. Ähm, das... Und ja. Äh, die werden ihn killen. Glaube ich. Ja. Sollte. 17 Millionen, okay. Wenn die Kritten ist eigentlich gefühlt vorbei. Wir werden auch mehrere Additionals machen. Und dann sind wir auch... Sind wir Turn 4? Ja, wir sind dann Turn 4. Wir können transformen. Sehr nice sogar. Sehr, sehr nice. Und dann können wir wirklich seine wahre Macht sehen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wenn die killen, sind wir auch schon bei B-Scoren. Hoffe er supert Gogeta. Ich hoffe. Ähm, ja, die werden nicht 100% hier killen. Ja, safe call. Wir haben ja gleich noch, äh, Goten und Trunks. Die werden 100% killen. Oder er wird ihn... Naja, er wird ihn schon killen. Dieser, ähm... Gorn ist zu weak. Also er hat wenig AP und wenig Defense. Boah, ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf Gogeta. Ich habe natürlich ein paar Mal schon gespielt. Aber... Aber er wird hier komplett insane sein. Er wird hier komplett insane sein. Ich habe ihn nicht gegen B-Scoren gespielt. Deswegen, ähm... Wird das interessant. Oh nein, die werden gelockt. Okay, gar nicht mal so schlimm. Wir machen das. Vielleicht ist es doch schlimm. Vielleicht ist es doch schlimm. Ich wollte die ja supern lassen. Ähm, ich wollte B-Scoren, ähm... Gogeta supern lassen, aber ja. Okay, wir sind wieder da. Hab leider vergessen. Ähm, hier, äh... Hier, äh... Hier, äh... Ding, äh... Skip auszumachen. Animation skippt gerne. Die Animationen drin haben. Und ja, wir schauen uns ihm an. Ja, komplett Peak. Komplett Peak. Ähm, ich mach's wieder an. Ähm, und wir können leider nicht in Slot 1 packen. Das ist... Ich hätte Senso-Bienen mitpacken sollen. For fuck's sake. Ähm... Scheiße, ja. Wäre wahrscheinlich noch eine Runde machen, weil... Ich würde ihm... Ich würde ihm gerne zeigen, wie er supert. Und wie er gesupert wird. Das wäre ganz wichtig, aber... Ja. Schauen wir mal. Ich denke nicht, dass... Die Scoren die killen wird. Also, denk nicht. Aus? Oh, die haben nicht angegriffen. Stimmt. Okay, maybe doch. Maybe doch. Ne, sie sind zu gut. Alright. 24 Millionen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dieser Gojita ist halt einfach unsterblich. 24 Millionen mit Unsterblichkeit. Nice. Additional 15 Millionen. Auch gut. Und die Animation ist godlike. Äh, die Animation ist halt... Nicht im Film. Das heißt, sie ist Dokkan Original. Und die sieht einfach... So gut aus. Wirklich. Wirklich krass. Ich hoffe... Er lockt nächstes Mal nicht. Wenn es überhaupt ein nächstes Mal gibt. Weil ich... Kann sogar sein, dass die ihn vorher schon töten. Ähm... Come on, Vegeta. Wie kannst du Damage machen? Du machst nur 5 Millionen. Ei, 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 ei. Nice, Crit. Okay, tut ein bisschen weh. Aber ich weiß nicht. Würde Beast Gone das überleben? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm... Warte, wer wurde... Okay. Oh mein Gott, er wurde hier gelockt. Perfekt. Das ist sogar sehr, sehr gut. Ähm... Actually... Oh mein, wir machen das. Wir machen das. Wir transformen nicht mit Gogeta. Um so wenig Damage wie möglich zu machen. Wir machen das hier. Äh... Ich denke... Ah, wir sind über 70. Fuck. Egal. Oh gut. Wir werden uns ein bisschen healen. Ich werde... Das machen. Ja. Okay. Okay, wir werden auf jeden Fall eine Chance haben. Wir werden auf jeden Fall eine Chance haben. Er wird nicht angreifen. Das ist sehr, sehr gut. Und... Gohan im Slot 2 wird kein Damage machen. Voraussichtlich. Und... Ähm... Gogeta sollte eigentlich auch kein Damage. Okay, doch. 10 Millionen. Könnte sein, wenn er krittet. Ja, tut weh. Gut weh. Ja, okay. Er krittet nicht, aber macht trotzdem. Interesting. Immer noch eine gute Unit. Leider sei Domain nicht. Das ist schade. Aua, aua, aua. Ich glaube, das war es, oder? Ja, perfekt. Und... Sango Jita, Deutschlands, all good. Er sollte hier eigentlich kein... Wohl 7 Millionen, ich weiß nicht. Okay, doch. Damn. Damn. Am besten so wenig Damage wie möglich. Ich will so viel Footage haben mit Gogeta. Äh, wie nur irgends möglich. Dieser Lock-In, äh, der ist echt nervig. Aber ja. Im nächsten Turn, wenn wir Gogeta haben, da wird er wirklich seine ganze Power zeigen. Alright, alright. Bitte. Oh mein Gott, ja. Geht doch. Das ist so gut. Das ist so, so gut. Gogeta. 500.000 Defense. Und... Wir schauen direkt mal an. 5 Rainbows. 5 Rainbows. Boom. 500.000 Defense ist komplett insane. Wir geben den hier mal. Und... Ja, ich glaube, die brauchen nichts. Die schauen einfach rein. Also ich bin mir ziemlich sicher, er wird... Top-Head insane tanken. Okay, er ist schon mal Double Digits mit Normal. Das habe ich schon erwartet. Und... Ich... Also... Vielleicht nicht Double Digits. Hätte er gesupert, dann Double Digits. Aber er wird gut tanken. Er wird sehr, sehr gut tanken. Okay, ich habe nichts gesagt. Double Digits. Leider hat er ihn gestunnt. Das ist richtig arsch, aber... Ähm... So gut. So gut getankt. Alter. Double Digits von V-Score und 3 Millionen Damage. Oder besser 3 Millionen Plus. Ähm... Da ist wirklich kein... Ja... Also... Kein... Kein schlechter Damage-Set von... V-Score und... Der kann wirklich richtig hitten. Und dass der in den Double Digits getankt hat, ist wirklich... Crazy, crazy, crazy. Ähm... Ja, ich denke... Das war es eigentlich. Ähm... Der Double Digits V-Score und getankt. Ich denke, das ist eigentlich gut genug. Und... Ja gut, jetzt haben wir hier schon... V-Score und ist eh tot. Also ist eigentlich schon vorbei. Ähm... Dann würde ich sagen, wie findet ihr Easy A von Super Gogeta? Ich finde komplett insane. Dann würde ich sagen, lasst gerne ein Abo und Like da und... Tschüss!